Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Flo Farrell und in diesem Video möchte ich dir meine Einnahmen zeigen, die ich mit Ebay generiert habe. Und das sind stolze 3.500 Euro, die ich in einem Monat gemacht habe und in den restlichen Monaten auch um die 2.000, 2.500 Euro. Und wie ich mir das Ganze aufgebaut habe und wie du dir das auch aufbauen kannst, plus nochmal der Beweis mit meinen Zahlungen, die ich erhalten habe von Ebay, siehst du jetzt in diesem Video. Von daher empfehle ich dir, es dir komplett anzuschauen, damit du am Ende vom Video auch weißt, wie du das selber auch umsetzen kannst. Wir sind jetzt hier im Ebay Partner Network. Das ist im Prinzip wie beim Amazon Partner Network ein Affiliate-Programm, sprich du bewirbst Produkte von Ebay mit eigenen Links, die für dich personalisiert sind. Da kannst du dich selber registrieren bei Ebay, kostenlos für dieses Partner-Netzwerk und erhältst dann hier Provisionen, wenn Leute über deine Links etwas kaufen bei Ebay. Und wie das Ganze abläuft und so weiter, zeige ich dir gleich. Jetzt siehst du erstmal hier meine bisherigen Zahlungen, die ich von Ebay erhalten habe. Und du siehst hier die Übersicht. Im Februar 2018 habe ich das Ganze hier angefangen und da habe ich 71,14 Euro verdient im ersten Monat. Das ist schon nicht schlecht, aber du siehst natürlich hier auch, wie rasant schnell es hier bergauf ging. Wie habe ich das Ganze beworben, diese ganzen Links, diese ganzen Produkte? Ich habe es wie beim Amazon Partner-Programm, da hatte ich ja letztens auch erst ein Video hochgeladen, das Ganze mit Nischenseiten gemacht. In diesem Fall mit einer Nischenseite. Das Thema zu der Nischenseite zeige ich dir auch noch im Laufe des Videos. Und du siehst hier im Dezember 2018 habe ich 3.500 Euro gemacht. Das natürlich auch, weil hier Weihnachten ist und da das Geschäft besonders gut angekurbelt wird. Und im Januar ist es dann traditionell immer etwas weniger, weil da die Leute eben sehr, sehr viel Geld ausgegeben haben im Dezember und dann auch weniger kaufen im Januar. Und du siehst aber hier grundsätzlich sind wir so im Bereich von 2.000, 2.500 Euro unterwegs. Und das ist auch wirklich hier so das Gängigste, was ich hier bekomme bei dieser Nischenseite. Da ist auch nicht mehr viel Luft nach oben. Denn ganz, ganz wichtig ist auch, Nischenseiten haben immer begrenzte Reichweite von der Nische natürlich abhängig. Und dementsprechend sind wir hier bei 2.000, 2.500 ungefähr pro Monat. Das eBay Partner Network, ich zeige es dir hier gerade mal, ist sehr, sehr einfach zu finden. Gib einfach mal bei Google eBay Partner Netzwerk ein oder eBay Partner Programm. Da wirst du sehr schnell das hier finden. Im Prinzip ist es ganz egal, welches Produkt du auf eBay bewirbst. Du musst einfach nur einen Link dazu quasi dir hier erstellen in deinem eigenen Programm. Der ist dann personalisiert für dich und du bekommst dann Provision dafür. Wie viel bekommst du? Das wird ja auch erklärt beim eBay Partner Programm unter dieser Rubrik. Wie viel bekomme ich? Es ist so, dass ja eBay keine Produkte selber verkauft, sondern dafür Provisionen erhält. Und die sind so ungefähr bei 10% vom Verkaufswert. Und von diesen 10% bekommst du zwischen 50 und 70% der Einnahmen, die eBay generiert. Das heißt, du bekommst mindestens die Hälfte von eBay, wenn nicht sogar mehr, also die 70%. Und wie hoch die Provision letztendlich wirklich ist, ist ähnlich wie beim Amazon Partner Programm, hängt ein bisschen von der Kategorie ab. Zum Beispiel in Fashion gibt es ein bisschen mehr als in Elektronik und so weiter. Und die Übersicht siehst du hier auch mal. Das ist von eBay sehr, sehr schön aufgegliedert worden. Du bekommst die, das ist jetzt leider auf Englisch, aber die haben leider gerade keine deutsche Version von dieser Tabelle. Zumindest habe ich keine gefunden. Du bekommst zum Beispiel in Fashion 70% der Einnahmen. Das heißt, sagen wir mal, etwas wird für 100 Euro verkauft auf eBay. Dann bekommt eBay 10% Provision dafür. Das heißt, die 10 Euro. Und du bekommst 70% davon. Das heißt, 7 Euro Provision. Und das Ganze geht hier runter zum Beispiel auch mit Vehicles, also Fahrzeuge. Auf eBay werden ja auch Fahrzeuge verkauft, also Autos. Da gibt es 50% Provision. Und das ist natürlich auch schon mal eine Summe, die sich hier sehr, sehr lohnen kann. Also solltest du dir auf jeden Fall eine Spartie raussuchen, wo es auch gut Provisionen gibt. Bei Fashion, das ist meine Nischenseite in diesem Fall, mit denen ich meine Einnahmen generiert habe. Worum es sich da genau handelt, möchte ich jetzt nicht sagen, weil sonst könnte mir das jetzt jeder nachmachen mit dieser einen Nische. Aber es gibt ganz, ganz viele Nischen. Und prinzipiell hatte ich auch schon bei meinem letzten Video zum Amazon Partnerprogramm gezeigt, mit Nischenseiten, wie du da Geld verdienst, ist in einem sehr, sehr guten Kurs erklärt. Hier, wie du in weniger als drei Tagen auch deine Nischenseite aufbaust und da auch dann eben ein passives Einkommen mit generierst. Diesen Kurs, den kann ich wirklich selber aus eigener Erfahrung auch empfehlen. Hier ist sehr, sehr viel erklärt. Es sind sehr, sehr viele Vorlagen auch dabei. Es wird alles Schritt für Schritt mit Bildschirmaufnahmen erklärt. Das heißt, es ist wirklich für Leute, die auch wirklich noch überhaupt keine Ahnung haben von sowas, generell vom Thema Online-Geld verdienen, die wirklich von Null aus starten. Und das ist wirklich der Kurs für Nischenseiten, den ich am meisten empfehlen kann. Da werden zum einen auch mal Nischen recherchiert, beziehungsweise du kriegst hier einen Zugriff auf eine Liste mit über 30.000 Nischen, wo auch das Suchvolumen dabei steht. Es wird erklärt, wie du dir deine Webseite aufbaust. Du musst nicht programmieren können, du musst keine Programmiersprache können oder Sonstiges, sondern es geht wirklich sehr, sehr einfach. Und es sind auch sehr, sehr viele Textbausteine dabei. Es sind viele Vorlagen dabei. Das heißt, du kannst das Ganze schnell umsetzen und wirst da quasi an die Hand genommen im Video-Tutorial. Die Inhalte sind auch viele Textvorlagen schon drin und auch ein Leitfaden, wie du prinzipiell auch erfolgreich zum Beispiel deine Webseite mit Texten bestückst und letztendlich auch die Suchmaschinen-Optimierung betreibst. Also sprich, wie du bei Google ganz, ganz vorne landest und dann dementsprechend auch viele Besuche auf deiner Webseite bekommst, die dann auch sehr viel über deine Links kaufen werden. Und prinzipiell kann ich das wirklich sehr, sehr empfehlen für alle, die noch Anfänger in dem Bereich sind oder noch überhaupt nichts damit zu tun hatten und damit starten möchten, weil du eben sehr, sehr schnell Ergebnisse erzielen wirst. Und dann kannst du dementsprechend auch solche Ergebnisse erzielen, wie ich jetzt zum Beispiel, ob du jetzt das Amazon-Partnerprogramm nimmst, das eBay-Partnerprogramm oder irgendein anderes Affiliate-Programm. Das bleibt dir vollkommen überlassen. Wichtig ist die richtige Nische und Verständnis davon, beziehungsweise wenn du kein Verständnis davon hast, der Kurs. Und dementsprechend freue ich mich über Daumen nach oben, Kommentare und auch Abos für dieses Video. Viel Erfolg und Geld verdienen. Euer Flo Farrell.